Und wenn alles Kopf steht, Kaffeepause wird gemacht! Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Untertitelung des ZDF, 2020 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 Ja, wir starten mit Olsenbanden. Wir haben ein paar Filme, zwei, drei Filme, und dann haben wir Slapp-Affrede und Slapp-Först-Frede, und dann haben wir die gleichen Skuespillere. Die Filme haben wir endlich, als wir Olsenbanden haben. Also, es ging nicht gleich mit der Olsenbande los, sondern mit den Freddy-Filmen. Also, wie heißt es auf Deutsch? Diebesgrüße aus Kopenhagen und H.O.I. zuerst, oder irgendwie sowas. Und da waren ja zum Teil, oder ja, die drei Schauspieler waren da ja schon, und dann kam die Olsenbande. Und, wovor fickt du so, wovon war die Slapp-Affrede und Olsenbanden? Fick du lest noch eine Skripte? Ja, also, den 1. Slapp-Affrede, ich war fast ansatt bei Nordisk Film, und dann kommt ein Runner, der, ich helbere, wenn man hat auf dem, und dann schnieder ein Mannerskript auf dem Bord und sagt, du sollst einfach ringe zu Skuespillerinnen und be sie kommen. Ja, danke. Da kam der Set-Runner und hatte dann einfach das Mannerskript auf den Tisch geworfen und gesagt, du sollst die Schauspieler an und dann sie zu. Du fick keine Beilegung von Bänning. Also keine Hinweise, die das Ausbildung hat. Nein, also i Mannerskriptet, der står, hvad de laver, der står, at Ergård Olsen er i fängsel altid. Og når jeg kender Skuespillerne og har læst Mannerskriptet, så gør jeg mig en forestilling om, hvordan det skal være. Fordi nu har de valgt Års Brogød til den rolle, så tænker jeg, så han skal se sådan ud af min mening. Og så finder jeg ud af Års Brogød, at han er i fängsel det meste af tiden. Men han er meget elegant, så den her fit, det tøy, han skal på, det er meget gammelt med meget fint. Ja. Og så har jeg et stativ, hvor jeg hænger forskellige kostymer frem i Års Brogød størrelse. Jeg lægger skjorter på bordet, sko, slips, alt hvad der hører til en habit. Fordi når skuespillerne kommer ind til mig, så har de kopper på sig på Års Brogød t-shirt. Og så skal jeg så finde ud af, hvordan jeg får lavet den karakter. Og Eric Balling har altid sagt, at karaktererne bliver skabt i kostymeafdelingen. Ja. Eric Balling, der Regisseur, har alltid sagt, at de figurerne, de karaktererne, er er i kostymeafdelingen. Og så har du am Garderoben større til hængen, altså forskellige Anzøge. På dem tilslagene er sendt, slips, de skue standbereit. Og de skuespillere kommer selvfølgelig med jeans, og bare en t-shirt, og måske sig der, anhand med irene kostymer, i den figur verandler. Ja. Og en anden ting, jeg også lægger frem, det er små ting, der kan sige, at den person er sådan og sådan. Altså patentlig, eller sjuske, eller noget. Og så har jeg en masse små, de her små mærker, om han har været Garder, eller om han har været i politiet, eller om han har været røde kors med, eller noget. Så lægger jeg sådan nogle små ting, så jeg prøver hele tiden, at finde en eller anden lille ting, der lige præcis gør, at han bliver til den person, han er. altså så klein avg eller y – eller, jak heter det – i hatt det. – 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 Anstrengender, die sucht sich auch immer aus, die genau charakterisieren, also solche Details genau charakterisieren, woher diese Figur stammt, also vom Roten Kreuz oder von der Armee oder woher. Also solche, die genau dann zu erkennen geben, aha, von da aus. Ja, und so fand ich den her gamle Habit auch bei mir loft. Ich hatte viele lofter mit kostümer. Da ich kam auf Nordisk Film, war der 3.000 kostümer, som ich so kurz zu tjekken, wo die waren. Und da fand ich den der bestribede Habit, der hängte auf dem loftet, vielleicht in 40 Jahren, also der war sehr stig, aus alle und stöde. Aber Aarhus Brugger hat den auf, und schjorte, slips, und das erste Balling, und Henning Bages, die gerne haben, war, dass sie alle haben hat. Und ja. Also auf dem Dachboden von Nordisk Film lagen zu der Zeit und hingen 3.000 Kostüme und Anzüge, sie ist also da raufgegangen, hat einen gestreiften, einen Nadelstreifenanzug rausgesucht und der hat da wahrscheinlich schon 40 Jahre lang gehangen oder gelegen und war ganz, ganz vom Staub und von der Feuchtigkeit fest, steif. Ja. Und ein bisschen eklig auch. Und dann bekam er immer seinen Schlips und sein Hemd und was Stalling und der ist unbedingt Habit, für alle Männer in den Filmen, war eine Kopfbedeckung. Ja. Das war praktisch das erste Ballen, die ich gerade habe. Das war, dass sie alle haben hat. Und auf das Zeitpunkt, in Danmark, war der nicht jemand, der gick mit hat. Das war das schwerste. Das schwerste bei den Männerkostümen, das war eben diese Bitte zu erfüllen, dass sie hütetragen sollten, weil in Dänemark zu der Zeit, in den 60er Jahren, da gingen die Männer nicht mehr mit hut oder überhaupt keine Kopfbedingung in den 50er und 40er Jahren, ja. Das war eben zu der Zeit, in der sich gerade nicht mehr. Und wie wir löste du problemen? Wir löste das Problem? Ja, ja. Wir haben alle möglichen, alle möglichen. Und ich fand da einen Sort-Bowler in den O-Sproget. Und das war der engste Ballen, der sagte, als er, dass 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 er. Ja, okay. Also jedenfalls immer, wenn Lotte die Schauspieler eingekleidet hat, in diesem Fall, also den O-Sproget, ihm den Anzug gegeben hat und den Schlips und den Hut, sie hatte eine schwarze, eine schwarze Melone ausgesucht. Wenn das tatig war, wenn die beiden zufrieden waren, sowohl der Schauspieler als auch die Kostümbildnerin da sind, dann wurde der Regisseur dazu gerufen. Er fand das auch in Ordnung, außer, dass die Melone trau sein sollte und nicht schwarz. Ja. Und der jüngste O-Sproget haben wir gerne in eine Schuhe von deren Erlebnis und Knüster. Ja. Jetzt ist es ein Vorteil. Also pass auf, was der O-Sproget auf jeden Fall wollte seine eigenen Schuhe. Denn er hatte, da müsste ich jetzt das Wörterbuch bemühen und ich habe dieses Knüster, was so, so Ballen, einen Ballen. Aha, an den Küsten. Und insofern, da hätte er orthopädische, europäische, orthopädische Schuhe gebraucht. Ja. So. Und der nächste. So war der fertig mit dem Liedbom. So war er, hier kommt er, ist nur fertig. So, ähm. Und das würde sagen, dass der Doktor kommt, und der hat seinen eigenen Schuhe mitgebracht. Den hat er, dass er bei Mallorca. Und seine Schuhe war so schlimm. Und er sagte, dass er bei der O-Sprogete Lotte, vielleicht kann er man den. Hahaha. So. So. Egon Urs war fertig. Der war Kjall dran. Und der hatte seine eigene Schuhe an. Die hatte auch Mallorca den gekauft. Und die fand seine Frau Kirstenbund so schrecklich, so hästlich. Und ich sagte, ach nun die mit zu Lotte. Wie kann die nicht drauf? Ja. Ja. Men jeg synes faktisk den var rigtig god. Og han fik den på. Og så havde jeg så fået syet et par bukser til ham. Jeg havde en skrædder, der syede almindeligstøj, fordi jeg er ikke herreskrædder. Så jeg havde været syet et par bukser til ham, som var jo lidt for lange og lidt for store. Med sådan en hængerøv. Jeg ved ikke hvad det hedder. Tysk. Eller så tænkte jeg sådan noget. Og så havde jeg også lagt de forskellige ting frem. Og der havde jeg også lagt en lyseblå skjorte frem. Men jeg synes den var for almindeligt. Så jeg syede en hvid krave ovenpå. Der heller en kortitisk musik. Og så får jeg for ølbehindeligt, hans gælde jeg den sig im handen. Og så har jeg også en hølgende kæld, den børnene hølgende. Inhølgende kælde hølgende kælde hølgende. Og så var du børnødde hølgende. Ja. Og så har jeg denne. Og så god lige til å være så lagtene. Og så hølende hølende som hanак. Und dann haben wir einen weißen Kratz auf den Held. Ja. Und so haben wir das auch. Berling kam und kam auf das und war froh mit dem. Und ich hatte alle seler auf. Das kann man nicht sehen. Und die hatte auch noch ein Ärmer. Ja. Also das Trunk Hosenträger unter der Jacke und solche Arme. Wie nennt man solche? Für die Hemden, dass man auch so ein Gummi. Ja. Falls die zu lang wäre, kann man sie anziehen. Und dann hatte Lotte eben viele Mützen ausgesucht. Ja, ja. Und wir wurden uns auch ein bisschen über den hier Kassel, der war auch etwas gammelt. Und dann war er derartig. Und dann war er derartig. Also, hans märketing, hans bukler war lange und der war hangeröv. Das war hans märke. Also, die Kandteikken von dem waren eben der Hangerarsch und die zu lange röden. Und die Basken-Mütze, oder was hat der für eine Mütze, die war auch alt. Ja. Hvor kom ihr anfra? Ähm, so kommen wir... Es war doch ein Mütze, so halt hier. Ja, ich weiß nicht, wie es heißt. Ja. Ja. Og så kommer vi til Morgen Grundvald, som er denne. Og der havde jeg fået syet jakken til ham. Og jeg havde fået syet bukserne inden han kom. Jeg tror ikke engang han havde set stoffer, men jeg havde gået syet til ham. Og så havde jeg lagt nogle skjorter frem. Og jeg gjorde det, at de tre mænd, de har forskellige farve skjorter på. Fordi hvis man på filmen skal lave en scene, måske fra ryggen, så er det ret at vide, hvem der er, hvem der er hvem. Altså på filmen skal man vide med det samme, når man ser en person om, det er en lue eller en lomme 2. En lue eller? Lomme 2. Okay, ja. Also, sie hatte für die drei Männer verschiedene Farben für die Henten ausgewählt, dass wenn man sie im Film von hinten sieht, man sie gleich dann unterscheiden sollte. Also, so wie sie da eben auch mit den Farben operiert, um zu erkennen zu geben, ob jemand eine Hure ist oder ein Taschendieb. Ja, ja. Und dann ist es eben auch mit den Farben, dass er der sie nicht gesehen hatte, an Karriette Jakob und die Hunde. Genau. Und die gode sokker, det fik han, fordi jeg havde tidligere set et billede af en dansk musiker, der havde Leo Mathisen, der spillede klaver. Han havde været i Amerika, og hun kom hjem på de der første 60'erne der. Og han havde hvide sokker på, og det brugte man ikke. Jeg tænkte, det kunne jeg godt tænke mig, at Morgen Grundvold havde på, altså Benny. Men ja, på film kan man ikke sætte noget hvidt mod noget sort, fordi det flimmer. så jeg tænkte, jeg gør ham gode sorge på, at det er ingen geoppe. Da gab es damals einen Musiker, Leo Mathisen, der kam aus, ein Pianist, der kam aus Amerika nach Dänemark. Ja. Er war aus Dänemark. Er kam, war aus Dänemark. Ja. Er kam hier aus Dänemark. Er war aus Dänemark, kam zurück aus Amerika, und hatte weiße Socken an. Und das hatte Lotte gesehn und fand das toll, und dachte sich, oh Mensch, der Morten, der Benny, müsste auch weiße Socken haben. Aber, schwarz weiß kann man eben, filmisch benutzen, weil das schlimmer. Und deswegen hat sie eben, ja, gebet. Ja, og så, kom Falling så ned, og kiggede på det, og han fik også en, vores Alino hat, som jeg klippede en halv centimeter af, hele vejen rundt, sådan så, skyben er, for lille, i forhold til holden. Så han, det var lige hans, sådan, den der lille, ja, og så kom Falling, og kiggede på det. Og dann bekam man, diesen Borsalino hat, und, die schnitt, die krempe, von dem hat etwas schmaler, damit es eben, zu dieser kicken, zu dieser kicken, figur, besser passen sollte. Und dann kam Falling, und? Ja, und. Und, und so sagde, Falling, die will gøre noget mehr. So sagde, die kann ich buksen an 5 cm. op. Und dann, so, den ganzen, Morten, som der, og så sagten, Benning, perfekt. Und dann kam Belly, und sagte, also, irgendwie müsste hier noch was gemacht werden. Und Lotte sagte, naja, wir könnten die Hosen vielleicht noch um 5-6 cm kürzen. und dann, und dann sagte, ja, perfekt. Und, 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 von den gangeonton. Der engang ist das sp backend, und das ist natürlich schnisch. Und der kleine Böre? ja, der kleine Böre, ja den kleine Böre, han var kun 9 Jahre, da han kom. Und ich dachte, dass er, dass er so ein, der ganze Zeit um sich um eine Farbe sollte, um ihn zu sehen. Und so hat er, dass er, dass er so ein Röder Tröje ist. Und der kleine Börger, also Jess Holze, der war damals neun oder zehn Jahre, und der sollte man dann in den Vylrummen sprang, und der sollte man nicht längst zu erkennen. Und deswegen bekam man einen kleinen Ruh von Pulli an und einen Korte Hosen. Und das war seine eigene Brille. Und seine eigene Brille. Ja. Und das war alles in alle die Orte. Ja. Ja, das war das. Das war so, mit den Männern hatte Lotte nichts weiter zu tun. Aber Yvonne. Ja. Ja. Ja, aber Yvonne, die kam und sagde, dass sie, dass sie nach Hause stehen, und der stod intet som helst. Und so, ich lavede bare de der store kostümer und store hatte. Und also, wenn es der war den wirkliche verden, so würde sie nicht so wie so aus, weil sie ja nicht hat råd zu. Ja. 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 Ich war ja so gewalt, so, aber sie hatte ja eine kleine Schneiderin im Debüt, die das für sie gemacht hat. Und inspiriert wurde Lotte von den Zeichentrickserien, die es damals gab. Und wo, da kann man Szenen und Mielekostüme erinnern. Nein, nein. Wo das ist inspiriert? Ja, 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 ja. Oh, Fantasie. Also die Zeichentrickserien, also wie das denn mit ihrer Fantasie, wie sie inspiriert wurde, die Fantasie wurde in Gang gesetzt. Ja, ich möchte noch mehr über hendes Kostüme. Also, das erste, die sie sagte, als sie hatte, dass sie gerne wäre, dass sie eine niederringe ville. Und sie hatte eine sehr fladbarmer. Und ich fand auf Wunderbar. Wunderbar. Also, die Eichsie wünschte, die Wunderbar hatte, die Kirsten Walter hatte. Sie wollten tief ausgestimmte, sehr dekollierte Kleider haben, aber nun war sie flachbrüstig. Und deswegen war Lotte gezwungen, den Wunderbar zu erfunden. Ja, wir alle ... Ja? 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 Ja, das war die kleine Tricks, die Frauen waren. Die Schulterpolster, die man damals auch hatte schon in den Kleider. Und hatte sie in die Haare bestellt. Und so war das wunderbar. Also war ich ja gewünscht? Ja. Und so will sie auch gerne werden, kortskörte. Hun will gerne werden, sehr kortskörte. So, das fick man lov til. Das bestemte sie selbst. Und dann wollte sie ganz kurze Kleider tragen. Ja, klar. Hennes Bein, findest du? Hennes Bein war ich sehr können. Der war, som lige auf und nach. Die lenen der Glasse. Sie hatte keine besonders schöne Beine, sondern ganz gerade. Ja, ja. Wie dieses Glasse. Ja. Mit hensyn til O.B.S. Brugs hat, so war der eine Verswundet intill. Nein, oder? Ja, oder? Da er du da hun forlitteren. Ja, der må man fast svul. Anna Eslund. Da vi skulle lave Olsenbanden i Jylland, havde jo alle kostumerne med i Jylland. Og da vi så skulle prøve, der prøvede vi tøjet dagen inden vi skulle optage. Og så sagde O.S. Brugge, at det var ikke hans hat. Og det var hans hat. Men de to mænd vildt sagde, at jeg måtte tage hjem til Valbyen og finde den hat. Og det gjorde jeg, men jeg fandt den ikke, fordi det var den rigtige hat. Men den havde nok været lidt våd på et tidspunkt. Så den havde kryntet sig. Og det var ikke hans 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 hans. Ja. Also einmal, als sie in Jylland gedreht haben, da sagten Ewan O.S. Brugge, das ist nicht mein Hut. Und die Leute sagten, natürlich, das ist dein Hut, das ist kein Problem. Also das ist gar keine Frage. Und sie wurde aber gezwungen, zur Filmgesellschaft nach Kopenhagen, nach Valby wiederzufahren und nach dem Hut zu suchen. Sie hat ihn natürlich nicht gefunden, weil es derselbe Hut war. Der war nur offenbar ein bisschen nass geworden. Und du musst sie dann da zusammen oder einen kleinen Schnitt reinmachen. Einen Knut. Einen Knut. Einen Knoten reinmachen. Einen Knoten reinmachen. Ja. Einen Knoten reinmachen. Ja. Einen Loch reinmachen. Ja. Wofür den? Einen Loch? Damit der größer wurde. Ach, der ist zusammen, der ist kleiner geworden. Durch die Nesse. Ja. Okay, so. Mendenes tøj var altid det samme, over årtierne, men ikke i den sidste film. Ja, hvad var der sket? De var jo for tygge og gamle, så de kunne slet ikke passe deres tøj. Men jeg kan lige fortælle en historie med, også på den sidste film, der havde Morten Grundvald så dårlige hofter. Så når han kommer morgenen, så lagde jeg hans tøj på. Men han kunne ikke nå ned til sine strømper. Så jeg tog hans strømper af og gav ham de gode strømper på hver morgen. Hvilke hvide strømper? Hvide strømper. Hvide jeg hans tøj på hans? Ja, hans ene form. Ja, hva. Ja, hva. Ja, hva. Ja, hva. Ja, hva. Ja. Beim letzten film, da hatte Morten Grundvald ja schon furchtbare Hüftprobleme. Weshalb er ja da eben auch operiert wurde an der Hüfte danach. Und wenn er morgens dann zum Drehen kam und sein Kostüm anziehen sollte, kam er, klopfte, klopfte er an die Tür von Lotte. Ja, klar. Und bist du bereit? Ja. Und dann konnte er nicht bis zu den Füßen runtergelangen bis zu den Socken. Also da hatte Lotte ihm dann die eigenen Socken ausgezogen und die gelben Socken dann angezogen. Ja. Ja. Und die anderen waren natürlich alle, ja, dicker, beziehungsweise dünner, vollbrunner. Ja. Dünner. Dünner. Und Morten ja eben auch 40 Kilo dicker. Ja. Derfor fik die nye Kostüme. Ja. Derfor fik die nye Kostüme. Alle fik die nye Kostüme. Und ich konnte kein Stoff für den Morten Grundwärts. Also ich konnte, ich konnte, ich konnte nicht finden, hier war ich in England. Ich konnte, ich konnte, ich konnte auch mehrere Räder finden. Ich hatte auch schon in einem Stoff, in einem Stoff, in einem Grundwärtskostüm, auch in einem anderen Stoff. Und ich konnte keine Nye Kostüme finden. Also, mit dem Stoff für Morten Grundwärtskostüme hatte Lotte Probleme, weil sie nicht einen ähnlichen, Sie haben einen gleichen Stoff, wie von einem alten Kostybe finden konnte. Sie waren in England, auch in der Schneidergasse. Und was macht ihr so? Ja, wir tog nach Hause und kaufte ein Stoff. Und eben irgendein Stoff. Ja. Was spielt ihr auch mit in den sidsten Film? Ich spiele mit. Wir waren statisten. Und wir gingen bei unseren Psychologischen in der gleiche Szene, wie Frank Eberling auch ist. Er liegt in der Szene und wir gingen so nach oben. Aber es war so, dass ich es nicht. Haben Sie Lotte erkannt, Sie spielt hier im letzten Film auch mit? Ja. Wir waren statisten zusammen mit der Maskenbilderin in der Szene, wo Frank Eberlein auf den Krankenberg gingen. Was denkst du, die meningen, um den sidsten Film? Was denkst du um den? Ja, ich denke, den ist ganz gut wert. Den ist kedelig. Ja. Ja. Fordi, altså først synes jeg, at nu Kirsten, der aldrig ikke var med. Altså, Jornja var død. Og så kom der en anden skuespiller inden, men det fungerede ikke. Og så var det jo også, at han døde. Forbundgård døde Mikkelfilmen. Han havde indstillet i tre måneder. Eller tre uger, og så døde han. Ja. Ja. Also, Lotte findet diesen Film entsetzlich. Sie findet ihn langweilig. Es fiel die Kirsten Walter. Die war ja nun schon lange tot. Der andere Frau spielte da ja mit. Währenddessen starb ja Paul Wundgård. Drei Wochen nach beginn der Dreharbeiten. Also, ja. Schrecklich. Ja. Og vi kom hele holdet til begravelsen. Og da det hele var overstået, og vi var ved at rejse os. Så bagved kisten kommer en meget, meget kendt dansk sanger, der hedder Kim Larsen. Kender I Kim Larsen her? Nej. Kender I Kim Larsen? Kim Larsen. Kender I Kim Larsen? Ja. Der kom Kim Larsen bag og sang en sang, der hedder. Fik du set, det du ville? Fik du set, det du ville? Ja. Nach der beerdigung kam, tauchte plattig dieser Kim Larsen hinter dem sarg auf. Und sang, hast du alles gese, was du dir gewünscht hat? Ja. Ja. Und de dræt altså. Und da haben natürlich alle geholt. Ja. 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 Så det var en meget afhold brød. Ja. Det var som en janker. Som en janker. Som en janker. Ja. Men jeg har en lille historie, fordi da han lød, der havde en dag, vi kunne lave optagelser, hvor han ikke var med. Og så var der nogen, der havde fået noget af dem. Og en mand, der lignede på Bornborg. Og jeg sidder ude i borgen og personerer i en hat. Og så kommer den her person, som ingen kender. Og så klæder jeg ham på i Bornborgs trøj. Og så går vi ind på scenen, hvor der er mørkt. Og så er der optagelser. Er klar til at optagelser. Og fra Bater siger, så vender Born Grundvald og Ås Broge sig om. Og så står Bornborg der. Og så har vi lød på scenen. Ja. Og så har vi lød på scenen. Ja. 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 Hvordan var det i det hele til dig i, også Torle Hedegaard. En skulptur lyder jo også imens. Hvordan var det at opleve det hele? Ja, men altså hele stemningen var dårlig. Ja, det var dårligt og besværligt. Fordi så fik jo en til at være Bornborg Rundborg. Og hvad havde han? Hvad havde han? Ja, for den, der havde. Torle Hedegaard? Nej, han der... Torle Kattelsen. Som du sagde ham. Altså det tog sig tid. Og når vi var ude på optagelsen, så måtte vi hele tiden gemme ham lidt han. Fordi folk havde været i avisen, at han var død. Og så pludselig sidder han der. Altså folk. Så vi skulle næsten stå og skærme over, at folk ikke kom hen og kiggede over. Okay. Ja. Altså det var alles en lidt myesom og besværligt. De tre arbejderne. Og egentlig... Ja... Furchtbar. Der Tommy Kenter, der dann als Double, als Ersatz für Paul Bungor kam, auch ein bekannter Schauspieler, der musste dann immer bei Außenaufnahmen immer so ein bisschen versteckt werden, damit die Leute nun nicht sehen sollten, meine Güte. Wir haben gerade Paul Bungor begraben. Das haben sie ja in der Zeitung gelesen. Und da steht er dann auf einmal. Ja. Altså... Da Ove Sproge und Ballingsach, sagde, at der var et forbandelog over filmen. Hvad siger du? Fordi de alle sammen døde. Også Bjørn var boden. Ja. Bodesen bag efter dem. Hvad siger du? Jamen, det var en trist film at lave. Det var helt... Fordi de også var så... De havde så besværligt med at satse sig og rejse sig. Og de var for tykke og de var for gamle. Det var en frøde unentgængende. Og de Ove Sproge og Erik Berlingen sagten, der mussten klug over den filmen gelegen haben. Weil ja auch nach der filmpremiere gleich der Bjørn van Bozen gestorben war. Lotte fand das einfach alles beschwerlich. Und fand das auch so unangenehm. Weil sie waren eben dick und alt geworden. Und sie konnten sich nicht hinsetzen. Und es war immer alles rysam und alles behebt. Und nun er det jo sådan, at man gerne vil høre noget om menneskene bag de figurerne. Hvordan var de allesammens? Man hørte ja gerne, wie die menschen so sind hinter denne figuren. Ja. Ja. Automatisk. Ja. Det ved jeg ikke. De var søde alle sammen. Og der var ikke noget. Jeg havde aldrig nogen problemer. Men fordi man er sammen med nogle skuespillere hver dag, så er der jo ikke nogen, der bliver venner med. Og heller ikke nogen har lyst til at være venner med. Altså. Så det var jo ligesom, hvis du er i en købmannsberetning, så står du en der også. Er meget sød, men derfor bører du jo ikke, at drække kaffe. Sådan var det. Altså, de var alle lieb og nett. Sie havde ikke problemer med dem, men hun var ikke unbedingt befreundet med dem, og hun havde også ikke lyst befreundet med dem, så er det som i en købmannsladen, i en gøbmannsberetning. Man er bare kollega. Man er kollega, en smalle Geschichte. Jeg har en jødhistorie, der vi fændte. Man er nødt åbne. Morgen var nødt åbne en hausdarmteuer. Så boede Morgen Grundvæl jo på et meget fint hotel, der der båden kommer ind. Ja, det kan du ikke huske dig om. Nej, altså. Hvor som bruger du. Og jeg boede i Hofstamme, og jeg var på et almindeligt hotel. Og så havde jeg været der i kvarter, så ringede Morten og sagde, kæder du på dit hotel? Så sagde jeg, ja, Morgen, jeg har ikke kædet mig. Jeg kæder mig. Og så sagde jeg, man ser til museet, de skal hente og køre dig over til mit hotel. Så blev det rent på hans hotel, hvor der var champagne og til morgenmad. Så han var meget blink. Ja. Also in Potsdam, diese Osenbanden-Ausstellung, war die große 2018, im Jubiläumsjahr 50. i dag, da wohnten die beiden Morten und Jess auch. Und Lotte, die waren ja da auch, nahm auch an der Ausstellungseröffnung teil. Jess ist gleich nach Hause gefahren. Und Lotte wohnte in einem anderen Hotel als Morten. Morten, in einem ganz feinen vornehmen und Lotte. Fünf-Sterne-Hotel. Lotte, irgendeine Zivillige. Und dann rief Morten auf einmal an. Dann war es nicht da in einem Hotel. Och Gott. Ach, hier kommt sie zu mir hier. Und da gab es dann Champagner. Also war sehr nett. Siehst du. Hvornår har du sidst set en fra Osenbanden-Hotel? En person, ja. Jeg har set yes. Hvornår? Det var, da jeg blev færdig med Osenbanden, så lavede jeg andre ting. Skal jeg fortælle om, ja, jeg holdt jo op, efter jeg lavede 15 år, for jeg kunne ikke have skidt. Jeg gad ikke ved, at lave Osenbanden. Så sagde jeg op, og lavede andre filmer, så kaldte jeg mig ud, når jeg lavede Osenbanden. Men da vi så skulle lave Matador, så ringede jeg, jeg spurgte mig, at lave kostymer til Matador. Og så var jeg ude og snakke med Balling, og så sagde jeg, hvad jeg ville have i løn. Og så har du hørt, så kommer du til den 3, som kan få lønne Osenbanden, Jeg er hørt. Så det var det skulære Matador. Ja, ja. Lotte var 15 år, var nået det skulden, og har ikke lønne, og for den letten Osenbanden film, wurde sie wieder angåret. angerufen, aber als Matador gedreht werden sollte, die Leute von Korsbeck, glaube ich, heißt das ja hier, da hatte sie ihre Lohnvorstellung, ihre Honorarvorstellung genannt und dann machte der Erik Belling so, also zu dem Preis können wir jemand anderes, zu dem Geld bekommen. Das war ein bisschen enttäuschend, sie fuh nach Hause, sie fuh auf dem Rat nach Hause zu ihrem Mann, der auch Regisseur war, und der sagte, und dann sagte, wir sollen direkt alleine machen, und das haben sie dann auch gekannt, machen wir direkt alleine, das ist August der Startler. Also, was hast du Annas lavet, also ist das nicht mehr mit 10-jährigen Filmen? Ja, hver gang wir lavede Rosendan, so war ich da ude und lavede kostümerne, ja. Und andere Filme? I Danmark har jeg lavet en film på St. Krols om Peter von Scholten, en dansk egetsmand, der var på, da Danmark eget i Vestindieske Öer, lavede vi en film, der foregik i 1849 på St. Krols. einen historischen Film aus der Zeit, als Dänemark in Westindien Kolonien hatte, 1842, ja. Das war zum Beispiel ein Film. Ja, und da har jeg lavet, jeg har lavet mange andre, der er jo en film om, er lavet Max von Sydow, Peter Nørby, og hvad er, øh, 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 nu får jeg nogen roll. Filmeet Max von Sydow, und Peter Nørby, die Gitter Nørby, die sind ja auch bekannt, der er, øh, øh. Ja, okay. Altså, hvad laver du, øh, øh, ja. Frager jetzt, øh, siehst du den? Äh, Haus ins Christianshaven, hus Christianshaven, hat der da auch tekstilier gemacht? Ja. Haus ins Christianshaven, die Parallelserier, ja. Ja, ja. Har du også det? Ja, ja. Ja, ja. Ja, ja. Ja, ja. Ja, ja. Ja, ja. Hosen bander om sommeren, hus på Christianshaven, og venter om. Haben wir alle forstanden. Ja, ja. Hosen bander im sommer, øh, das haus, ne, det hies das? Hosen Christianshaven, ja, ist Odissemiter. Odissemiter hies das, ja. 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 Jeg har også lavet en filmforhold, en norsk filmselskab, der hedder Filmkammeraterne, og Road Disney, hvor vi arbejder på, øhm, Fiji-Jørne. Og det var en film om, øh, en regn, der, øh, det var sammenlignende Robinson Crusoe-Store, hvor vi arbejder i flere måneder på Fiji-Jørne. Ja. Ja. Og det var en film, og det var en filmforhold til ånden. Og det var en filmforhold til ånden. Så, med det fjøkker, jeg tror, det var en filmforhold til modellene, der er. Ok. In Dänemark gibt es Karneval. In Dänemark gibt es Karneval. Ja, es gibt auch Karneval in Deutschland. Ja, ja, es gibt auch viele Karneval. Ja, und dann gibt es auch Karneval. Was ist Karneval? Im Februar? Ja, das ist so, dass es in Februar ist. Ja, das ist ja fast der Lauf. Fast der Lauf. Ja, Karneval. Ja, ja. Haben Sie Fragen? Ich gehöre über die Leroy-Gay. Ja, meine... Ja, ich will Sie holen. Weil vorausschicken will ich jetzt von dieser Frage nämlich, dass Lotte ihre Eigenkreationen trägt. Ja. 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 in der nächsten Segment an die Zeugport-Galerie, wo er es ausstellt, aus einem Eukoläscher. Lotte kreiert also solche Sachen, Jacken, Röcke, Mente aus alten Polsterbezügen, aus alten Kissenbezügen, mit Kreuzsticken, mit Stickerei und hat Ausstellungen in allen Museen Dänemarks. Nächsten Monat hat sie in einer Galerie eine Ausstellung, sogar mit einem Catwalk, wo die Sachen getragen werden und vorgeführt werden und sie macht Collagen. Wie geht es, was du noch unterwegs hast? Sie sind sehr großartig und drei Meter lang und so breit. Also mit Figuren, ich klippe ordet nicht auf und zusammen. Also mit Textil-Collagen. Das sind drei Meter breit und zwei Meter hohe Textil-Collagen, wo wir auch aus Stockfiguren und Formen ausstattet und den, der gestaltet ist. Und alles zum Verkauf. Ja, ja. Ja, ja. Okay, ich kann mich nicht vergessen. Ja, ja. Ja, okay. Und alle julemarken? Ja. Und alle julemarken? Er der auch im Jahr? Ja. Måske. Das weiß ich nicht. Das kommt an, wann ich habe es. Ich werde es nicht mehr machen. Ich werde es bald trän. Einen Weihnachtsmarkt hat Lotte auch jedes Jahr veranstaltet. Aber ob ich in diesem Jahr einen geben will, weiß ich nicht. Weil mittlerweile ist sie ein bisschen müde geworden. Welche Fragen gibt es hier von Thilo, der sich jetzt zurückgehalten hat? Mehrere Fragen habe ich auch. vom Drehbuch vorlegen bis zum endgültigen Fertigsein. Wie lange hat das gedauert, der Prozess zum ersten Film? Entschuldigung. Vom Drehbuch lesen von ihr bis zum Fertigsein, dass der Film gedreht werden kann. Wie lange hat der Prozess gedauert? Zum ersten Film hin? Wie lange war das? Die Dreharbeiten. Wie lange? Vom Entwurf praktisch. Sie hat das Drehbuch gelesen, hat die Charaktere zugeordnet und das entworfen und dann genäht, bis es dann losgehen konnte. Womنا? Was langt lange tog die? Hvor lang tid tog de? Was die dritte des BoJackseins? Den her hatte du gode, tre måneder før. Men hvad jeg sov nu, så kørte Kirsten Fatherius Kylo. Så kørte jeg stoffet og tænkte, at det kan bruges til sommer, Also drei Monate hatten sie Zeit, um das alles vorzubereiten. Und sie hatte auch im Winter schon die Stoffe für Yvonne gekauft, weil sie sich vorstellen können, wie sie dann im Sommer gebrochen hat. Also heute ist das alles überhaupt nicht ganz gut, damit viel schneller. Ich wollte fragen, war sie eigentlich für alle Figuren zuständig, die einzugleiten? Also ich meine, ich meine jetzt auch für den Kommissar zum Beispiel. Für wer englisch hat den Film, also der englisch wurde der Film. Ja, ja, allesamt. Also 20 politifolk, der var interne jakker og alle deres ting. Politiet, der var ude at løbe, der lavede t-shirt, der lavede politiets øjeforskning. Der lavede trygte med stopmaling og lavede det hele. Also auch die Polizisten mit Kriminalpolizei-Polizei-Jacken. Ja, die war Gymnastik. Oder diesen Motorhessen zum Beispiel. Sportgymnastik-Machten und T-Shirts, da bügelte sie denn solche... Mit Eul, Polizisten, Eul, ja, ja. Das Auge der Polizei. Ja, 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 ja. Die war eine Frage von Martha Marder, den Film, diese Patrosen-Kostüme und so weiter. Bitte? Ist das auch für ihr erklärt worden? Die Patrosen, Martha Marder, der Film auf dem Schiff. Hat du ordentliche Kostüme zu Martha Marder? Ja, ja, ja. Ja, ja. Ja? Können Sie die Filme dann, die fertigen Filme entspannt anschauen? Oder haben Sie immer den kritischen Blick ab? Das Detail hätte man auch noch sagen können. Das Detail. Wo dann so du ko filmen der echte noch die war, noch die war für die, wo du müde, wo du sie ausschlaut wurde, er dann so du, so du in den Falle, oder so? Und hängt das, die kurhe wird erneut, oder? Also, schon bei mir, ich hab' nicht so hoch. Ich hab' nicht so hoch, so ich konnte es auf und schlafen, wenn ich es nicht so hoch, wenn ich es nicht so hoch war. Aber wie gesagt, so ging es sehr gut mit mir. Der war noch ein Film, die ich glemte, was ich hatte. Und ich glaube, dass es nicht so hoch als die anderen war. Also eigentlich hat man so viel Zeit, dass man da schon währenddessen die Dinge, die noch korrigieren konnte und besser machen konnte. Und eigentlich fand ich das immer ganz gut gemacht. Ja. Ja. Ja, da vi lavede den af kongen og knægten, Paul Reichardt, og Arthur Jensen som kongen og knægten, da havde jeg syet to fine, fine badekåber, eller kravskåb til dem, og da vi så kom, og jeg havde ikke vist dem til nogen, så da vi kom på scenen, så den badekåb, jeg havde lavet til Paul Reichardt, den passer ikke til stolen. Så da må jeg, da kan jeg se, og så må jeg skrønne mye, og så kom på scenen og hun skrønne mye, 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 et han så kom på scenen og man skrønne mye, Ich wusste, dass es gibt, oder wer die Idee hatte. Ich habe Ideen für Jürgen und Mohler-Test. Alle Tasker, auch für Forschende, gehörte Requisitur an. Das ist Requisitursarbeit. Nicht konstruiert. Ja, Henning Weiß. Also, a lot of love, dass es Henning Weiß war, den Idee hatte, mit der Hebben-Test. Ich erzähle historier, dass wir Peter von Scholten auf Sankt Häusch Da ich flönte, hatte ich 20 Papkasser mit SAS, und dann kam wir im Lande in Porto und Luftraum. Lige inden wir tog sted, und dann spurgte Requisiturern, ob ich noche kasser mit konnte. Und dann sagte ich, dass ich, dass ihr sie mit Und dann landte wir in Porto und Luftraum, und dann geht es weiter zum Sankt Häusch. Und dann kommt einige Toller und fragt, und dann fragt, was der ist in den Kassen. Und dann fragt sie, dass sie, dass sie alte und passionäre Kostümer sind. Und dann gab es die Kassen, die Requisiturern gab es mit. Und dann war es Våben. Also, zum Ende brugte sie fliegen. 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 Ja, wir kommen nicht wieder dann weg. Einmal war sie zu Dreharbeiten und sollte dann zurückfliegen. Hatte ihre eigenen Kartons und Kisten dabei. Mit ihren ganzen Kostüm Sachen und Akzessuirs. Und der Requisiteur sagte, kannst du meine Kartons mitnehmen? Ja, klar. Und die waren dann in Puerto Rico im Buchkarten. Und der Zoll sagte, was haben sie hier mit? Und er sagte, Kostüme. Und er machte die Kartons auf. Da waren lauter Waffen. Natürlich Atrocken. Aber das war mal die Reise erst auf der Ende. Noch Fragen? Gibt es noch einen Fundus von den originale Kostümen? Äh, er der glæde, men alle de originale Kostümer? Ja. Ja, det er der. Altså, de har været udstillet før. Men de er ikke udstillet mere. Man tænker på at lave et museum ude i det nedlagte fängsel. Ja, hvor døren går op. Der har man i tre år arbejdet på at lave en af de der længere til et museum. Ja. 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 Also, äh, das gibt es, diesen Fundus. Aber der ist nicht zu sehen. Der war ja in der Ausstellung, äh, äh, 2018 zu sehen. Und auch in der permanenten Ausstellung. Permanent, äh, ständigen. Ähm, jetzt ist es auf dem, auf dem Boden von Neudes Quillen. Aber es gibt Pläne seit drei Jahren, in dem, was ich vorhin schon mal einige hier erzählt hatte, in dem stillgelegten Gefängnis, ähm, wo Egon ja immer rauskommt, ähm, ein Museum einzurichten, in einem Gang mit allen Requisiten, mit allen Kostümen, mit allen Räumlichkeiten. Ja. Aber das, äh, ja. Einheimnisareal gekauft hat in das Gebäude, der dort auch Wohnungen neben dem Museum ein Wohnungen errichten will. Und der aber seit drei Jahren nun mit Nordisk Quillen, äh, in Verhandlungen liegt, weil, ähm, Nordisk Quillen zu viel Geld verlangt für all die Kostümen und Requisiten und, äh, ja, und er nicht bereit ist, das zu zahlen. Also man weiß nicht, was daraus wird. Und also ist es zusammengepackt und im Lager auf dem Boden und, äh, ja, und ich persönlich finde es ziemlich blöde, weil es ist ja eigentlich eine schöne Idee von diesem Unternehmer. Ja. Also wir waren bei Nordisk diesen Sommer im Juli, da ist diese permanente Ausstellung, ist seit 2022 geschlossen, wurde in Stuttgart gesagt. Und die Alternativen sind noch unklar. Also wir könnten die Ausstellung durchnicht sehen. Das ist so. Wenn wir, äh, hohe Nordiskim hier in Juwe, die Sonners, und da sagt die Frau Teth, äh, dann permanente Üsteling, es gibt, haben wir als Studensamen, ja, Ivo auch. Ja. Und man will Ege, weil, äh, äh, wo die, äh, die Sonnenzählmann zählen. Ja. Ja. Noch Fragen? Ich gucke mal, was ich noch an Fragen habe. War die von einer leicht zu nehmen depression als Schauspielerin? Oder war sie sehr fingerlich? War Kirsson, die war eine neue Umgebung? War man gut arbeiten zusammen mit ihnen? Oder war sie? Nein, sie war wirklich, wirklich süd. Und wir sprachen nicht so privat zusammen. Wir hatten ein kleiner Kind von der gleichen Alter. Wir sprachen litt um børn, men ikke noget privat. Hun er meget omgängig, og hun gjorde alt, hvad jeg sagde. Det, der var lidt svært med hende, det var, at hun kom om morgenen, og nogen skulle prøve tøj, og håret var ikke helt rødt, som det plejer at være, og ingen væg op, og fladebarmet, og kedelig tøj på, og så skal man få hende til at se sådan derud. Det tager lidt tid, og det er sagt, når man normaler omgängig, da var altså nogen probleme. Also Kirsten Meldern war sehr umgänglig, war sehr lieb und sehr nett. Wir haben nie privat großartig gesprochen, sondern höchstens über unsere Kinder. Wir hatten beide ein Kind im selben Alter. Aber was so ein bisschen problematisch war, war, dass sie morgens eigentlich ankam, wie eine graue Maus, und das Haar war nicht ganz so rot, und sie war ungeschminkt, und hatte irgendwie graue, langweilige Sachen an. Also, ehe man sie zu der Yvonne gemacht hatte, dauerte das seine Zeit. Also, das war eine große, ja. 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 Kennen Sie beide sich schon länger? Ja. 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 Also, ich denke, das war ein Zusammenhang mit den, mit den Dreharbeiten zu dem MDR Dokumentarfilm über die Rosenbande. Legenden die Rosenbande. Ja, da waren wir im Mai 2018. Genau. Bei allem Möglichen. Bei Lotte, bei dem Produktionsleiter, Bo Christensen, mit Jesper Langenbär, der ja da viel, beim Kriminalinspektor, ne, so, ja, mit dem haben wir Interviews gemacht. Noelle. Noelle. Ja, nun sind alle tot. Genau. Nun sind alle tot. Jesper Langenbär ja auch. Ja, vor kurzem. Ja. Ja. Der ist ja auch vor ein paar Jahren gestorben. Da fiel mir ein, ob die beiden größten Kontakten hatten. Also, eigentlich zu keinem zu. Höchstens, wenn sie sich dann getroffen haben bei Feierlichkeiten, bei Obis Wohls Geburtstag oder so. Ich hätte noch eine Frage. Ich hätte noch eine Frage. Ist heute der 20. Turnistag von Edan Uelden? Obis Borge? Ja. Ja. Ja, das haben wir auch noch heute. Der für die Bülzfeld. Das ist leider eigentlich. Das ist die Bülzfeld Idee. Genau. Also, ihr wisst das ja auch beide nicht. Die Bülzfeld Idee. 90 Jahre geworden. Die Bülzfeld Idee. Ja. Also, wer weiß das? Ja, das stimmt. 20. Das wäre dann 2004. Ja. Ja. Dann kann ich aber der Gelegenheit erzählen, weil ich neulich für einen Freund recherchiert hatte im Netz, die deutsche Bio... Ah, danke. Die deutsche Übersetzung gibt es von Obis Wohls Biografie wieder bei Amazon und Co. Also, zwar natürlich zu überhöchsten Preisen, aber es ist wenigstens da. Weil der Eulenspiegel verlangt ja damals leider, was das auch nicht zu seinem 100. Geburtstag, eine Taschenbuchausgabe veröffentlicht hat. Das war ja eigentlich ziemlich Geld. Wer hat noch Fragen? Ich habe alle Fragen abgearbeitet hier, will ich hier gerade. welche Fragen haben Sie? Wollen wir rausgehen und Autogramme? Ja. Wie lebt sie denn heute? Ist sie noch bekannt? Oder gerade mal die Einladung hier? Gibt es dann noch andere Anfragen und Auftritte? Undertal. Ja. Er der andre lejligheder, hvor du optreder på et sind? Ja. Prøv med dig der. Da jeg var Ørmer, der var jeg med i nogle gensynsprogrammer. Ein Programm für Börn, wo ich habe Dinge und Sachen für Börn gemacht. Und ein anderes, der kam hver söndag, der hv. Tics & Idéer, wo ich habe Ideer gemacht. Wir gaben zwei Böger, und wir solgten 100.000 Böger. 100.000 Böger! Das war sehr populär, weil ich sagte, wie man skulle schrubberen oder knappeholer. Helt almindelige Dinge. Und wie man skulle sprich. Das war sehr populär. Ich lagde im Fernsehen hver söndag. Wann war das? Ja, mens ich war von Nordisch, oder deromkring hot-up, lavede ich Fernsehen. In der Zeit, als Lotte Danner lagde bei Nordisk Film gearbeitet, hat sie auch nebenbei im Fernsehen, in Fernsehsendungen Handarbeitskurse sozusagen gegeben. Für Kinder, für Erwachsene. Jeden Sonntag war sie im Fernsehen zu sehen. Sie haben zwei Bücher rausgegeben, also Handarbeitstipps, und die wurden verkauft zu 100.000 Exemplaren. Das war so vieles. Ja. Ja, das war so gut. Als ich habe dann mit dem, den waren aus Ostendalen-teglinge, da waren so lange, in denen waren so lange, als ich hatte, vor Ortendalen, so hatte ich elf tegner, vor den allerførsten tegner aus Ostendalen. Und damit gav ich dann zum Danmarks Radio und dann wusste ich die Fernsehene, welche Arten. Und das gav ich 132.000 Kroner, die ich als Lager ohne Grenze gav. Und wer war das, der spurgte? Danmarks Radio. Danmarks Radio hatte gefragt nach den Olsen-Banden-Zeichnungen des Fernsehens Danmarks Radio. Und die wurden dann dort gezeigt und wurden ersteigert zu einem Wert von 120.000, wo man? Genau, 122.000. 132.000 Kroner. Dänische Kroner. Und die wurden dann gespendet an die Opfer des Tsunamis. Ja. Und vorige Woche, schiefste Mörder, stand Lotte auch auf der Bühne, nämlich in dem Gefängnishof, als eine Open-Air-Veranstaltung war und der sechste Film gezeigt wurde. Und vor einem Jahr war da auch schon mal eine Open-Air-Kino mit der Olsen-Banden. Ja, also es gibt immer wieder Gelegenheiten. Ja, ja. 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 So. Noch Fragen hier vorne. Ich hätte noch eine Frage. Ich habe ja schon mal geschrieben gehabt. Diesen Bolo-Hut, diesen Lone, äh, äh, alter und werden lassen, künstlich. Wie macht man das? Es gibt ja auch immer von Egon diesen Hut. Wie macht man das? Ja. 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 Ich habe auf einige Kurser, wo ich passioniert habe. Das bedeutet, dass ich etwas zu sagen habe. Das bedeutet, dass ich zum Beispiel auf Brombergs-Brucks. Die sind ja nicht neue, die sind ja ganz und sind. Ich passioniere mich. Das macht mich so, wie man einen Bränder bränder. Auch mit Hans Borler hat er ich passioniert. Ich bränder luen ab. Ich tage einen Börste. Und dann kommt Vaseline und alle möglichen Kremer auf. Ich bränder den ganzen Kanten. Ich mache das auch mit Busser. Ich mache das auch mit Busser. Auf der anderen Seite des Busser. Ich brände mit einer Bränder. Das ist der Lue, der er weg. Man er helt innen mit Stoffet. Und das ist sehr schwierig. Und das dauert wirklich lange Zeit. Aber es ist sehr lustig. Und man muss feststellen, dass es echt geht. Ja. 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 Da muss man natürlich auffassen, dass es nicht durchgeht dann. Nehmt dann Vaseline und reibt diese übrig gebliebene Schicht ab. Ja. 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 Ja, aber ich habe eine lange Zeit. Ich habe seit sechs Hattes in Aarhus Ruhe. und dann wurde es schlug. Ich habe die Halle richtig warm gegangen. Sechs Halle. Ja, das war eine neue Halle. Der ursprüngliche Huth, der war eben alt, aber da ich öfter mal aufgeschlagen wurde, mussten sie fünf, sechs neue Hütte machen für ihn, und die mussten dann eben so alt gemacht werden. Also, was du sagst, zum Beispiel eben auch als er da eingefroren war, da war das ganze Zeug natürlich auch verdammt, das war auch der Hut, und da musste das eben dann auch neu gemacht werden. Im Krono Tamsung, der foregikk fra 1938-1952, der havde Hansung det samme tøj på, i det rigtige virkelighed. Og der havde jeg fået forskellige habiter, så en var helt ny, og en var lidt brugt, og en var meget brugt, Da habe ich den nye handen auf, in den starten des Filmen. Und in den Filmen habe ich das Töge gebet mehr gebraucht. Da habe ich auch passeniert. Ich habe es einfach nur aus dem, und habe es in den Vaskmaskinen. Das Töge luchte auf dem Töge. Und dann wurde es auf den Lommer, und auf den Boksen und auf den Läden. Das ist sehr gebraucht mit passen. Das dauert lange Zeit. Also in dem Film, den ich vorhin schon angesprochen habe, über Knut Hansum, der spielen sollte von 1938 bis 1952, da sollte er immer den selben Anzug tragen und da hatte sie dann drei Anzüge am Anfang neu in der Mitte halb abgetragen und am Ende dann sehr verschlissen. Und da musste man eben auch diese schichten abtragen und ganz vorsichtig und mit dem zusammenhalten. Und da hatte ich auch den siste her Bip, der hatte ich auch den, der hat den söt und nicht so groß, denn er hat sich 10-20 kg, so tøjet skulle werden für groß, aber es geht nicht auf dem, dass er so groß. Also der Schauspieler, der am Schluss sollte, der war Knut Hansum, schlanker geworden, hat er abgenommen und der Schauspieler hatte ja noch nicht während der Dreharbeiten abgenommen, also wurde dann der Anzüge grösser genetet, dass er dann eben genauer. Also, ja. Ja. Also, ja. Also, ja. Also, ja. Also, ja. Also, ja. Also, ja. Ja. Also, ja. 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 Weil der kantbond, der sitzt unten, hat eine etwas andere Farbe, als man kauft. Das bedeutet, dass es schon mal ist. Das war die gleiche Farbe, so ein bisschen beige. Das dauert sehr lange Zeit. Das wird richtig schön. Also zwei bis drei Tage dauerte, wie das Patineren immer. Zum Beispiel von Egons Milone. Weil dieses Hutband eine bestimmte Farbe, die Frauen haben sollte. Und das war eben so, ja, mir so auszuschaffen. Ja, aber es ist wieder schwer, dass der Husker auf Zeitzenden. Und noch mal Brug auf Zeitzenden. Und noch mal Spänen in der Husker der Hegel. Und das Patineren ist eben nicht schwer, sondern einfach nur langwierig. Und die Schwierigkeiten bei der Kostümbilderei ist, an alles zu denken. Und das war eine große Farbe. Und das war alles mit der Freikart. Ja. Ja, das erste, ich habe glänzt, war Böckens Bälte. Er ist sehr großartig. Ich kürte nach dem an den Küsten, der mit Marabalja. Wir waren ja nicht auf Mallorca, aber wir waren mehr Marabalja. Ich kürte mit Taxa nach nach nach, um einen Mann oder Gürtler, der konnte mich ein Bälte haben. Aber es war 130 Jahre alt. Aber es war kein Tod. Ich fand, es war ein Bälte. Es war ein Bälte. Der Film, die Folge von Mallorca, die nicht auf Mallorca gedreht wurde, sondern in der Gegend um Marabalja, da hatte sie den Gürtel vom dummen Schwein vergessen. Und da ist sie dann rauf und runter gefahren mit einer Taxe und hat gesucht jemanden, der so einen Gürtel von 150 cm Teilenumfang machen konnte. Das dauerte dann ein bisschen. Ja. Ach so, apropos Bälte. Apropos Gürtel. Hvordan war die mit Michael? War Hans vægt? Paul Wundegårds vægt? Er die mit Sarda? Ja. Paul Wundegårds gevigt, war das immer das Sabe? Ja. Ja. Der satte elastikker i knapperne. Når er sieg knappe in, så lavede de, så gjorde der, at die skulle, altså, den der, den der, den der, der lavede sådan en, en längde her, inden, og der var elastik, som når er lukkede den, så fulde den sig ges af, sådan et stykke der. Baguettejagten hatte sie statt, mit garren, die knoppe mit gummiangele, so der hat er, also rugsende, mehr platte, Ja, das war die Bucser zusammen. Ja, die waren störe voran. Und ich habe einen der hänger auf der Seite. Das war so groß wie fast. Aber ist das richtige Zustand? Da wurde die beiden Rearbeitet. Immer mit Arbeit hätte ich mit dem Kostüm sein können. Da ist es mit. Du musst immer mit dem Kostüm sein. Ja, ich war mit auf alle Optalser. Sommerein war soweit und soweit fertig. Eben ist da alle. Und da waren wir mit auf alle Optalser. Und wir waren uhr, natt und da. Mange Natt-Optalser. Mange. Mange. Ja, ja. Fertig genäht waren die Sachen natürlich. Aber die mussten immer dabei sein. Weil es hätte ja eben was passieren können. Und bei allen Tag- und Nachtaufnahmen. Meistens waren es Nachtaufnahmen. Hinten war noch eine Frage. Nein, das war keine Frage. Das ist nur die Feststellung. Ich wollte ihr das persönlich sagen. Dass ich sie als sehr angenehme und wahnsinnig inspirierende Frau wahrnehme. Und ich ihr danken möchte für die schönen Momente vor dem Fernsehen. Ich wollte ihre Kostüme. Und alles drumherum. Es ist einfach genial. Fertig geniode. Das war eine sehr gute Idee. Du wirst mir sehr gut nach. Du wirst mir sehr gut nach. Und alle deine Kostümer. Und alle die schöne Augenblick, du hast. Du wirst hier auf dem Fernsehen. Und an die Fernsekskirten. Vielen Dank. Vielen Dank und viel Spaß. Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank.